Ich werde endlich die Nummer 1. Traumend. Geil. Was kommt als nächstes? Warte, CPU hatten wir ja schon als bestes. Genau, Tastatur auch. Monitor. Maus. Ich habe gehört, dass man ein Anwesen im All baut, wo nur eine Person hinkommt. Das musst du sein, Doki. Die momentane Nummer 2 im Ranking Tara will den Ort für sich um wieder Nummer 1 zu werden. Wirst du das zulassen? Nein. Natürlich nicht. Was erwartest du denn? Nummer 1. Finanziere dir ein Anwesen im All. Das kostet... Wie viel? Hunderttausend. Okay, Leute. Wir müssen ranklotzen und Videos machen. Okay. Ich rüste jetzt alle Rechner auf. Damit wir dann ranklotzen können, dass wir die Videos machen können. Scheiße, wir müssen das bewerben. Hochladen. So, wo waren wir? Wir waren gerade bei Maus, ne? Hatten wir auch die Beste geholt. Webcam auch. Mikrofon glaube ich noch nicht, ne? Genau, Mikrofon noch nicht. Kopfhörer hatten wir. Schnittprogramm hatten wir auch. Okay. So, den Rechner haben wir jetzt auch komplett ausgerüstet, glaube ich. Info. Dürfte das Beste sein. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ne, es kommt hier noch... Genau, Schnittprogramm und so hin. Gehen wir mal da eben nach oben. Mann, Shit! Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann! Das ist nicht dein Ernst, ey. Das ist einfach nicht dein Ernst. Leck mir die Nüsse! Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Es kann nicht sein, dass wir das immer nicht rechtzeitig hinkriegen. Wir machen das jetzt einfach... Immer sofort. Instant. Ja, ist voll, okay. Mikrofon. Kopfhörer. Schnittprogramm. Konsol. Tablets. Handy. Konsolen. Haben wir alle. Okay. Mann, das ist nicht wahr. Geh nach unten, bitte. Du machst ein Video. Zu dem Spiel. Ja, ein Gameplay. An Arbeitsplatz 1 ist okay. Öffnen. Du gehst schlafen, Doki. Ich glaube, wir brauchen noch mal neun Angestellten, oder? Das nächste Mal, wenn wir zu einer Party oder so eingeladen werden, machen wir das auf jeden Fall. Dann machen wir das auf jeden Fall. Essen. Ja, ist ein Hotdog. Ah, shit. Ich glaube, wir haben ja Voraussetzungen erfüllen wir nicht. Aber wir kriegen auch kein Angebot vom Netzwerk, um irgendwie zu einer Veranstaltung zu gehen, oder? Also habe ich jedenfalls bisher noch keine bekommen. Glaube ich. Ja gut, ich habe die Veranstaltung da bekommen mit dem, dass ich ins Kino gehen will. Ja. Wow. Mach mal ein Video. Zu dem Spiel. Genau. Ein Gameplay. Auf Arbeitsplatz. Wir haben alle voll. Okay, nice. Auf dem Arbeitsplatz. Holo-Camp ist schon ausgerüstet. Super. Gameplay 2. Okay. Gameplay zu dem. Machen wir. Nein. Okay. Und jetzt müssen wir unser Geld halt sparen, ne? Obwohl ich gleich noch einmal einkaufen gehen will. Öffnen. Spiel wählen. Zu dem Spiel sollen wir ein Gameplay machen. Machen wir an Arbeitsplatz 4 meinetwegen. Sie ist fertig. Zeige das Ergebnis. Ist okay. Hochladen. Achso, ja. Ja gut, er zockt gerade noch. Okay. Ähm. Oh man, fieh ich auf meinem Bildschirm. Loy. Dü-düm-düm. Wir können auch mal einkaufen gehen kurz. Okay, er ist fertig mit zocken. Das machen wir dann gleich. Äh, und zwar Idea. Haben wir bei Idea wieder neue Sachen, die wir kaufen können? Ich weiß, wir sollten unser Geld sparen, aber... Ich will das halt alles gekauft haben. Nice, haben wir sogar. Kaufen. Und wieder runter scrollen, bitte. Nachdem es geladen hat. Danke. Ah, zack. Nice. Okay, haben wir bei Nevej. Nevej oder so. Achso, das ist der Laden, genau. Ähm, Tobi. Kleidung, ne? Genau. Ich glaube, es wird auch bald mal wieder Zeit für ein neues Spiel. Ja, wir haben hier noch... Neue Sachen. Hier auch noch eine Jacke für einen Mann. Okay. Hier noch ein Gothic-Anzug. Und hier noch ein Red Stormtrooper. Okay. Kaufen. Was haben wir denn bei den Hosen so? Okay. Kaufen. Schuhe. Kaufen. 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 Brillen. Kaufen. Hüte. Eskimo-Hut. Cool. Red Stormtrooper-Hut. Halsketten. Haben wir alles. Okay. Verdammt, dann sollten wir das Gameplay machen. Shit. Mach hinne. Zeige das Ergebnis. Von deinem Video. Okay, mach es nicht. Ähm. Lachen. Ich beeile mich jetzt. Ich beeile mich. Shit, ich weiß nicht, bis wann wir das machen müssen. Achso, hier müssen wir uns nicht mehr beeilen. Hier, pausiert ist es. Da. Huh. Ähm. Ja, nehmen wir... Ja, äh, das. Ja, hier haben wir natürlich nichts mit Lachen, ey. Dein Ernst. Hier, singe in der Kommentar. Schön. Wir brauchen mehr Skript. Definitiv mehr Skript. Äh, dann hauen wir... ...das rein. Dein Ernst? Normales Spiel. Brauchen wir mehr Skript. Brauchen wir mehr Skript. Ah, es passt sogar. Nice. Schön. Okay, mörderischer Blick. Ja, war klar, dass es nicht funktioniert. Okay, das können wir reinklatschen. Schön. Kommen wir vielleicht endlich mal wieder zum Ende? Man weiß es nicht. Ja, kommen wir. Krass. Äh, dann nehmen wir... ...das. Weil das Skript gibt. Hochladen. Ja, was machst du denn? Achso, du gehst dann an den Arbeitsplatz. Genau. Äh, wir können kein... Wir können niemandem sagen, Video machen. Shit. Okay. Haben wir irgendwie mal wieder Falschstättungen? Nein. Natürlich nicht. Okay, wir haben das. Okay. Ähm, wir haben einmal das und das. Dann nehmen wir definitiv das hier. Dann snacken wir uns, glaube ich, das hier. Oder? Ja, das nehmen wir. Dann würde ich sagen, das... Weil das super da reinpasst. Dann hätten wir noch... Das... Äh, das kommt auf jeden Fall als letztes. Und dann das hier. Perfekt! Perfekt! Schön! Nehmen wir den Titel mit rein. Und das mit rein. Können wir den Sound noch ein bisschen erhöhen. Und nochmal ein bisschen mehr Titel wählen. Gameplay! Hochladen. Bis zu wann muss das eigentlich? Das ist der 30. Ah, fuck! Das wird niemals klappen. Das wird niemals klappen. Dann geh eine Runde schlafen. Eine Runde essen. Du machst ein Video. Warte mal, wir können erstmal wieder die Kackspiele verkaufen. Das hier zum Beispiel ist out. Das hier ist jetzt auch für ein Arsch. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann machst du dazu nochmal ein Gameplay. Und du machst auch bitte zu dem gleichen Video nochmal ein Gameplay. An Arbeitsplatz 1 meinetwegen. Ja, klar. Ich bin ins Kino. Was jetzt? Und dann machst du, du machst bitte zu dem Spiel hier eine Review. Arbeitsplatz 2. Ja, geh weg. Danke. Ich will essen und dann das Video machen. Äh, wir nehmen, keine Ahnung, das hier. Ich werde die Karte eh nicht auswählen. Achso. Wir können alle Karten nehmen. Okay, können wir. Ähm, Spaghetti essen. Äh, wir machen das an Arbeitsplatz 3. Gameplay 4. Gameplay 5. Keine Ahnung. Ja, nicht jetzt. Nein, zieh dich doch nicht um. Nein, 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 nein. Ich will doch nicht mit auf die Party. Äh, nein, doch nicht. Tut mir leid. Hä, das Video ist weg? Ich will dazu noch ein Gameplay machen. Ich will dazu definitiv noch ein Gameplay machen. Definitiv. Ja, ich weiß, dass der Partner gerade fertig ist. Äh, nee, dran ist. Dabei ist, das Video zu machen. So. Okay, jetzt können wir das Video fortsetzen. Nachdem sie uns das Ergebnis... Äh. Mann, wir haben das Video hochgeladen. Das ist so kacke. Das ist diese verdammten Klicks. Ich könnte kotzen, Leute. Ich könnte kotzen. Ich könnte gerade kotzen. Hä, hä, hä. Es ist echt kacke. Es ist echt verdammt kacke. Es ist echt mega kacke. Äh, verdammt... Wir haben kein... Nein. Okay. Wir haben leider kein... Titel-Dings gehabt hier. Damn. Konstruktive Kritik. Wir kommen aber nicht wieder ans Ende. Nein. Es war eben einmal, hat es funktioniert. Es wird nie wieder funktionieren. Okay. Netz wird Angebot. Okay, wir brauchen eine Review zu dem Spiel. Machen wir. Ja, wir brauchen eine Review zu dem Spiel. Nee, 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 nee. Zeige das Ergebnis. Jetzt ist es gerade wieder hergekommen. Oh, lol. Es ist reviewed. Echt? Oh. Ja, erstmal ist... Jetzt ist keine... Ist es keine... Hä? Abbrechen. Scheiß auf das Video. Okay, wir machen das Video nicht. Hä? Was ist denn hier? Warum kann ich... Ich kann mit Rechtsklick nicht mehr bewegen. Shit. Okay. Was? Hä? Ähm, ich habe gerade einen Bug, Leute. Moment. Moment. Lass mich... Dann lass, sag. Bitte, das funktioniert jetzt wieder. Bitte, sag, dass es immer noch funktioniert. Okay. Gut. Öffnen. Dazu müssen wir eine Review machen, hat sie... Ne? Genau. Dann machen wir das jetzt ganz, ganz... Okay, Moment. Nein, 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 nein. Ich will erstmal sehen, bis wann wird das Video. Bis zum 1. 11. Oktober. Und... Scheiß. Es muss kein... Es ist egal, wie viele Klicks es braucht. Okay. Wollen wir eigentlich aus dem Netzwerk gekickt? Ja, ne? Ja, wohnen wir. Okay, Moment. Äh, Spiel wählen. Das war... Das Spiel, ne? Machen wir eine Preview. Ähm, auf Arbeitsplatz 1. Ja. Ja. Können Walkthroughs machen. Nice. Okay. Okay. So. Genau, wir machen eine Preview. Wir machen die lachende Begrüßung. Wir hätten vorher vielleicht schlafen sollen. Egal. Okay. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ach, verdammt. Ja, haben wir. Wieder ein lachenden. Okay. Wieder lachend. Nehmen wir... Äh, das. Wir brauchen ein bisschen mehr Interaktion. Das hier brauchen wir noch. Weil es am wenigsten gekostet hat. Ja. Und es passt sogar perfekt. Oh, schön. Wir machen gleich wieder den Bug. Wir nehmen... Ich bin nicht... Nutze den Bug aus. Ich meine, wenn es ihn gibt, warum sollte man ihn nicht ausnutzen können? Ich will mal das mega krasseste... Dings haben, was es gibt. Okay. Weiter. Pausieren. Dann machst... Wir können das nicht machen. Oh, verdammt. Ähm. Dann machst du weiter. Pausierst. Mach weiter. Pausier. Mach weiter. Pausier. Mach weiter. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Bei wie vielen Punkten. 48. Pausier. Mach weiter. 96. Ich mach mal so bis ein paar tausend, ne? Hab ich mal richtig Lust drauf gerade. Irgendein Rechner? Der Rechner ist im Arsch. Okay. Ich weiß nicht, bei wie viel wir jetzt sind. 1500, Alter. Jetzt sind wir, glaube ich, bei... Äh, ja, 3000. Irgendwas mit 6000. Okay, jetzt sind wir bei 12.000. Das reicht. Ist okay. Ähm. Wir starten damit. Machen das. Ziehen das ran. Passt perfekt. Können noch... Ähm. Moment. Macht das mehr Sinn, wenn ich... Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich da mit anfange. Damit wir das dann hier rüberziehen können. Der dann hier runter geht. Den machen wir mal raus. Der bleibt drin. Genau. Dann nehmen wir den mit rein. Äh, nein, das machen wir anders. Machen wir das und das. Ähm. Wir brauchen ein bisschen Musik. Wir brauchen ein bisschen mehr das. Und noch ein bisschen mehr Sound. Und... Och, komm. Titel erhöhen wir auch nochmal um zwei. Jo. Neure Gott. Nice. Äh, nein, danke. Ich möchte nicht mit auf eine Party kommen. Ich kann nämlich gerade nicht. Du machst ein Video. Gameplay. Zwei. Jo. Zack. Wo ist sie hin? Mach ein Video. Ein Gameplay. Arbeitsplatz... Drei. Holocam ist ausgewählt. Perfekt. Passt alles. Wir haben eine neue Karte. Okay. Zack. Wir gehen schlafen. Wir gehen essen. Und... Gut, der Preview ist gleich oben. Das Preview. Die Preview. Ich sollte echt auf eine Party gehen. Wir brauchen... Warte, wir können auch einfach wen einladen, oder? Wer ist denn so vor meinen Kontakten? Keine Ahnung. Die haben wir eingestellt. Genau. Sie hatte Gaming. Shatin. Mhm. Dim, 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 dim. Ich habe gerade die Musik komplett anders gehört. Äh, Wasserwerken. Wir sind... Nein. So groß... Ah, mein Pool kümmern ist absurd. Das sieht schrecklich aus. Oh. Vielleicht hätten wir es doch machen sollen. Ich will sie einstellen können. Ich will Kiana einstellen können. Sie hat... Gut was... An Dings. Äh, äh. Gaming 21 und so. Ne? Ja. Sie machen sofort wieder Videos, wenn sie fertig sind. Sofort ein neues Video. Instant. Ja, mir ist wieder so mega warm. Ich sollte... Ja, liegt vielleicht daran, dass ich ein Poly anhab. Ich weiß, aber... Egal. Okay, nice. Er ist fertig. Zeige dein Ergebnis. Hallo? Zeige dein Ergebnis. Ist okay. Mach ein Video. Dazu noch ein Gameplay. Arbeitsplatz 4. Fertig. Ja. Wenn sie fertig ist, macht sie sofort ein Review. Video. Yeah. Tö-düm, tö-düm. Tö-düm, tö-düm. Nachbar? Ich will da nicht wissen, wie es sein wird. Okay. Okay. Der Leiste... Streikt sich echt. Werbungsvorschlag. Walkthrough von unserem... Nein, ich will eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht. Nö. Zeige dein Ergebnis. Ist gar nicht mal so gut. Aber dann machst du jetzt noch eine Review von dem Spiel. Dann können wir das Spiel auch in die Tonne kloppen, weil das ist echt für den Arsch. Äh, machen wir auf Arbeitsplatz 2. Ja. So, können wir sie jetzt langsam mal einstellen irgendwie? Kiana. Immer noch nicht. Hä? Die sind also Level 1 und alles, ey. Das ist ja richtig behindert. Lifestyle. Ja, gut. Wir chatten weiter. Wir chatten einfach weiter mit dir. Das ist okay. Ist okay.